Heute gibt es eine richtig krasse Glücksrad-Challenge gegen meine bezaubernde Freundin. Ihr seht hier die Aufgaben und ich würde sagen, ich drehe einfach mal direkt und die Aufgabe, die jetzt kommt, ist meine Aufgabe und ich muss einen Löffel Ketchup essen. Ah, Freunde, wie fängt das denn an? So, Ketchup raus, hier haben wir den Ketchup und jetzt brauche ich noch einen Löffel. Wieso kriege ich direkt so eine doofe Aufgabe? Ein Löffel Ketchup. Du bist dran mit drehen. Okay, Freunde, meine Freundin ist dran. Was? Erding. Malen. Malen, warte mal, dann darf ich dir aber einen aufmalen. Okay, da ist jetzt so ein Symbol, was ein bisschen durchgestrichen ist. Ihr seht das, Freunde, aber ich überlege mir, was cool ist. Ich male das an eine richtig schöne Körperstelle drauf. So, Freunde, ich habe jetzt hier den Edding. Meine Freundin sitzt hier neben mir. Jetzt muss ich mir überlegen. Ja, ich habe eine Idee. Warte mal, ich male dir das mal. Das ist schön, jeder sieht im Gesicht. Gesicht wäre ein bisschen fies. Deswegen, warte mal, ich habe eine Idee. So, warte mal. Das soll eigentlich ein Taghaufen sein. Wie findest du den? Er sieht aus wie so ein Fleck mit lustigen Haaren. Zum Glück, das sind deine Mahlkünste zu wünschen übrig. Ich kann nicht malen. Okay, ich drehe wieder. Okay, Freunde, das war ein bisschen lost. Deswegen drehe ich jetzt einfach nochmal. Liegestütz. Liegestütz. Das ist doch was für dich. Okay, ich mache das direkt hier vorne, ja. Ich habe das lange nicht gemacht. Ich habe das noch nie geschafft. Ich probiere mal zehn Stück. Zehn Stück? Ja. Das wird jetzt feindlich. Okay, warte mal. Sieht man das alles gut? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, cool. Das habe ich glaube ich einen roten Kopf. Okay, Freunde, jetzt ist meine Freundin wieder dran. Ich habe nicht einen Liegestütz nochmal geschafft. Nicht einen. Nicht eine. Ja, dann drehen wir. Vielleicht kriegst du auch einen Liegestütz. Da musst du dir mal helfen. Ja, mach ordentlich. Okay. Was steht da? Na, was steht da? Nase-Wäsche-Klammer. Ah, ich, ich hole die mal ganz kurz. Bleib mal hier. Ich, ich, ich hole mal kurz Wäscheklammern. Okay, Freunde. Dafür muss ich jetzt einmal ganz kurz ins Badezimmer gehen. Ich habe leider nicht richtige Wäscheklammern. Ich habe nur solche Dinger hier. Die sind eigentlich für Socken, aber egal. Die mache ich meiner Freundin trotzdem ran. Hallo. So, da bin ich wieder. Bist du bereit? Das weiß ich noch nicht. Warte mal. Soll ich was halten? Kannst du hinlegen. Okay. So, ähm. Die sieht aber brutal aus. Warte mal. Äh, ich brauche dein Ohr. Andi, ich glaube, das ist ein bisschen zu hart. Ich mache die so in deine Haare rein. Das Ding steht auf der Nase. Nein. Warte mal, ich mache nicht zu. Ich habe einen roten Arm. Warte. Nein. Das musst du kurz halten. Freunde, das ist ein bisschen dumm. Ich habe keine richtigen Wäscheklammern. Doch. Das ist gut. Da bin ich für. Ja, hier auch. Okay. Ja, es ging nicht besser. Ich bin gerade drei Tore gestorben. Jetzt ist meine Freundin wieder dran mit drehen. Ah, nee. Ich bin dran. Okay, Freunde. Jetzt bin ich dran. Klo. Das ist ja lustig. Sind sie bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, Freunde. Wir gehen in unser Badezimmer. Okay, ich mache mal eben kurz Licht an. Komm ruhig mit. Trau dich. Ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte. Was ist jetzt der in der ganzen Situation? Komm ruhig dich da ran. Die Leute müssen das richtig schön sehen. Ich glaube ruhig, dass ich das sehen möchte. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun. Ich hoffe, du kriegst die Aufgabe auch. Okay, wir drehen wieder. Okay, Freunde. Jetzt ist meine Freundin wieder dran mit drehen. Mein Figierchen auf meiner Hand. Was hast du? Massage. Ja, dann bleib mal so sitzen. Wenn man halt einfach den In-Sie-Modus aktiviert. Verschwachen, aus meinem Körper entfliegen. Ich bin ja gerade geheilt. Ist das gut? Ah, ist aber raubend. Ja? Wunderschön. Bist du zufrieden mit der Massage? 10 von 10. Ich lasse eine Google-Bewertung da. Okay. So, Freunde, ich bin wieder dran mit drehen. Okay. Schokolade? Darf ich jetzt Schokolade essen? Juhu! Okay, ich hole mir was. So, Freunde, ihr hört das jetzt gerade wahrscheinlich. Ich habe nämlich tatsächlich was richtig cooles. Es soll auch die Tage in einem Video kommen. Die habe ich jetzt gerade geholt. Und zwar Waffle Roll Oreo. Die nächsten Tage kommt auch noch ein richtig cooles Video dazu online. Und die werde ich jetzt hier mir einmal reinziehen. So. Warte mal. Ich will nicht alles vollkrümeln. Aber habt ihr die schon mal gesehen, Freunde? Jetzt müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diese Oreo Waffle Roll schon mal gesehen habt. Okay. Mal probieren? Mhm. Necker, ne? Das ist schon eine coole Aufgabe. Wir drehen wieder. Du bist dran. Muss ich wirklich? Ja. So, jetzt ist meine Freundin wieder dran. Was steht da? Größte Angst. Deine größte Angst. Ich würde sagen, Freunde, ich bereite mal was vor, weil ich weiß natürlich, was ihre größte Angst ist. Dafür brauche ich mal kurz ein anderes Handy. Eine Sekunde. Okay, Freunde. Ihr seht jetzt gerade nebenbei eingeblendet, was ich eingebe. Darf ich schon mal schauen? Ne. Okay. Ich habe jetzt hier was rausgesucht. Es ist jetzt gerade noch zensiert, Freunde. Kleine Triggerwarnung. Wenn ihr Spinnen nicht mögt, dann guckt jetzt weg. Oh nein, das kenne ich sogar. Das musst du weiter weghalten. Wie findest du das? Stell dir mal vor, das wäre jetzt so da oben in der Ecke bei uns im Zimmer. Oh nee, ne, ne. Dann wäre ich nicht mal hier. Guck mal. Da sind sogar noch mehr. Oh wow. Sag eine Hau bitte hier. Oh. Oh wow. Guck mal. Oh. Warum sind die so groß? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nio, nein, 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 nein. Die Babys Schlüpfen verteilen sie sich in ein oder zwei Tagen schnell. Die Spinnen sind sehr kanibalisch und wollen nicht von ihren Nestbewohnern gefressen werden so jetzt bin ich wieder dran nur zur info falls hier eine sache doppelt kommt dann drehen wir immer noch mal also deswegen falls noch etwas von der liste nicht gekommen ist dann wird es auf jeden fall kommen denke ich jetzt einfach mal youtuber anrufen da hat er den richtigen erwischt okay okay freunde wir nehmen jetzt das handy von meiner freundin und ich werde dann wen soll ich denn anrufen soll ich probieren anzurufen steht ja noch halb acht halb acht okay ich probiere mal ein jahr anzurufen okay freundlich habe jetzt hier bei meiner freundin bei ihrem handy lennys noch mal eingegeben und ich rufe jetzt mal an was ich noch dran geht hallo 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 ist deine mama hallo hallo kannst du mich in einem video grüßen ich rufe noch mal kurz an ich glaube ich echt nicht erkannt nanny hallo hast du mich echt nicht erkannt es tut mir sehr leid vom handy von meiner freundin angerufen deswegen siehst du siehst du dich meine nummer es tut mir sehr leid ich musste mein handy dafür opfern ich weiß ich war das ja auch so ich sag dann auch immer nie was okay freunde aber es hat geklappt lennys total verwirrt gewesen habt wahrscheinlich gehört habibi ich wünsche noch einen schönen tag okay und du denkst ich dir auch ja leute das hat ein leichter liken okay ciao einfach zu zeit verwirrt nein okay jetzt ist meine freundin wieder dran Gesicht lecken ja dann viel spaß oh hilfe wie viel mach einfach ich hab Angst ich hab auch Angst einfach abgeschlappert wurdest du okay aber das war gar nicht so schlimm bitte irgendwas cooles bitte 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 Liegestütze hatten wir schon Ketchup hatten wir auch Lecken hatten wir auch wir machen jetzt einfach küssen okay das hab ich vermisst Okay, Freunde, dann ist den Daumen nach oben da tschüss Harang